Hallo zu diesem Video. Heute sehen wir uns an, wie du eindeutige Datensätze mit nur einem SQL-Befehl abfragen kannst. Und zwar handelt es sich um den Befehl Distinct. Der SQL-Distinct-Befehl wird verwendet, um doppelte Datensätze in einer Ergebnismenge von einer Abfrage zu entfernen. Soweit die Theorie und mit diesem Befehl werden nur eindeutige Werte in den Ergebnissen zurückgegeben. Das kann nützlich sein, wenn man sicherstellen möchte, dass jeder Datensatz nur einmal in den Ergebnissen erscheint. Wir werden uns dann in weiterer Folge ein praktisches Beispiel dazu ansehen. Der Distinct-Befehl wird in der Regel in Verbindung mit anderen SQL-Anweisungen wie Select, From und Where verwendet. Sehen wir uns das nun konkret an. Wir haben folgende Situation. Stell dir vor, du bist der Chefkoch eines Restaurants und möchtest eine Liste aller Zutaten erstellen, die du für deine Gerichte in deinem Restaurant verwenden möchtest. Was tust du? Du nutzt eine Datenbank, in der alle Zutaten, die du bisher verwendet hast, gespeichert sind. In unserem Fall handelt es sich nicht um einen Chefkoch oder ein Restaurant, sondern um Mitarbeiter. Diese führen wir aus. Und wenn wir bei diesem Beispiel bleiben vom Restaurant, dann ist es so, dass in dieser Tabelle du sicherstellen musst, dass es keine doppelten Einträge in den Zutaten gibt. Zum Beispiel hast du versehentlich mehrere Male die Zutaten Mail eingetragen, obwohl du es nur einmal gekauft hast. Hier kommt natürlich dann der SQL-Distinct-Befehl ins Spiel. Mit diesem Befehl kannst du dir sicherstellen, dass in deiner Liste nur eindeutige Zutaten oder in diesem Fall Mitarbeiter aus der Tabelle angezeigt werden, ohne dass doppelte Einträge vorkommen. Bevor wir weitermachen, bitte diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos dir anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Wir haben nun vor uns das Ergebnis einer Tabelle. In diesem Fall handelt es sich um ein SQL-View. Das sollte aber jetzt eine untergeordnete Rolle spielen. Um nun eindeutige Datensätze aus dieser Ansicht zu erhalten, müssen wir uns zunächst überlegen, welches Attribut wir als eindeutig ausfindig machen möchten. Wir könnten in diesem Fall definieren, dass wir das Land, wo dieser Mitarbeiter zugeordnet ist, ermitteln möchten. Und zwar möchten wir alle eindeutigen Länder. Damit haben wir eine Übersicht, wo unsere Mitarbeiter angestellt sind. Das kann wie folgt aussehen. Und zwar mit Select. Anschließend dem Befehl Distinct. Und nun die entsprechende Spalte, die wir überprüfen möchten, dass sie eindeutige Ergebnisse zurückliefert. Und zwar Country, Region, Name. Zu guter Letzt gehen wir noch an die Quelle, in unserem Fall die Employee. Nun ist die SQL-Abfrage vollständig und wir können diese ausführen. Als Ergebnis erhalten wir nun sechs Einträge, die eindeutig sind und uns Auskunft gibt, wo unsere Mitarbeiter angestellt sind auf dieser Erde. Nun möchte ich auch noch einen Hinweis machen. Und zwar findet ihr die Anleitung oder die Dokumentation zu diesem Befehl unter diesem Video als Link. Damit könnt ihr in Ruhe das für euch nochmal durchgehen und auch zu einem späteren Zeitpunkt in aller Kürze nochmal durchgehen. Falls du Fragen zu diesem Thema hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.